Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde War of War Tanks, äh Ships W-W-W-W-W-W-W-W-W-R-Ships So ich hab mir gerade ganz schnell den 8er Würfel geholt weil ich habe ja hier nur 8 Schiffe zur Verfügung und da ich ja nicht weiss mit welchen ich spielen möchte hab ich mir ja so vorgenommen ich nehme mir die 8er Würfel und Würfel eine sechs ist oder treten dort doch so starten gleich auf der Hoffnung dass wir eine gute Gruppe finden die anderen Leute so gut in Schach halten würde sich alles zu stärken ganz einfach und ja ich wollte letzte Woche Freitag noch ein Ding in spring mit World of Tanks ich war Freitag unterwegs gewesen und bin dazu nicht mehr gekommen deswegen habe ich Freitag nichts gebracht am Wochenende hatte ich jetzt auch keine Zeit gehabt für einen Vlog weil ich da auch wieder nur unterwegs sah unterwegs 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 und das ist ja ist halt so wenn man viel vor hat schafft man nichts was was anschauen verweiten 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 so wer ist der war lenken Gas gehen und bremsen rückwärts machen wir auch schon mal Polo Park raus läuft ja schon das ist ja ich gehe mal da ein bisschen rein ich habe ja einen schweren Koopse Ah, nice. Kann man gar nicht alles irgendwie von oben sehen bei wem? Was ein anderes Boot schlägt? Wer schläft dann noch? Und wer schläft dann auch noch? Und wer schläft dann 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 noch? Und wer schläft dann? Naja, okay. Der Reini ist schon mal weg. Acht aus? Acht aus? Acht aus? Was heißt Acht aus? Acht aus? Bine. Am Freitag könnte es sein, dass ich auch wieder kein Let's Play bringe, und weil ich nach der Arbeit abgeholt werde, ist es ein Schwimm, Freitag ist aber schon ein Schwimm-Tag. Ich schaue nach rechts, ich schaue nach links, links wahrscheinlich auch, ich schaue nach links, ich habe das lange überlegt. Aber, ich habe eine Indie vor meinen Augen. Oh Gott! Okay. Ah, vielleicht gibt es den Eintracht. aber der ist da Ja, die Hälfte. Oh, das war's. Heils. Torpedos auf Steuerbord. Sehr nachladen. Oh. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Nein! Das war's für heute. 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 Und... Jetzt den Daumen. Das ist besser. oder zehn. Nehmen wir mal einen Würfel. Die sechs. Das wäre dann ein Zeh. Viel Glück und ruhige See. GLHF. Good luck. Have fun. Das hat da eine Mal bei Vault of Tanks reingeschrieben. Er hat reingeschrien. Good lucks. Have fun. Ja. Ich habe nur das Wasser geschossen. Böse Wasser. bergab. Jetzt gehe ich. Und dann gehe ich. Ich werde wieder einmal zu Hause fahren. Das ist nicht so. Die B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Boah, ich habe die Beine nicht getroffen. Ich brauche Feueruntersuch zu tun, wer brauche Feueruntersuch zu tun? Ich lande um Baby, ich lande um ... Wah! Problem gelöst! Feueralarm! Die Spuren, ne? Ach, ich stehe halten! Den Kümmern habe ich da oben! Raubturm, kritisch verscheidigt! Torpedowärfer, zerstört! Meine Güte, nur meine Güte, nur meine Güte, nur die Güte, nur die Güte! Ich hab' auch gut angepasst! Ich hab' auch gut angepasst! Ach, gemacht! Finish! Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder in den Hafen! Den Hafen der Liebe! So! Das ist die Liebe! Eine Punkt! Wow! Das ist nicht heavy! Das ist nicht heavy! Alle Japsen, ja! Japsen, darf man was eigentlich sagen? Ich meine, alle Japaner! Oh! So! Mit dem werde ich wahrscheinlich auch nicht sehr lange legen! Außer wenn wir gewinnen werden und ich halt alle abknalle! Dann werde ich lange leben! Ansonsten... Ich muss gleich noch einkaufen gehen! Oh, da muss ich mich beeilen! Komm, 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 komm! Schick, 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 schick! Ansonsten... So, dann haben wir ABC! Wir fahren aber gerade durch! Nein! Wir gehen über A raus! Über A! Wir fahren aber gerade durch! Eingau A! Eingau A! Eingau A! Eingau A! Eingau A! Eingau A! Zum Beschleunigen könnten wir jetzt Y nehmen! Zweimal haben wir davon, aber ich muss doch auch für's nächste Mal! Was heißt für's nächste Mal? Falls ich irgendein Problem habe! Uuuh! Ach! So! SOS! SOS! Keiner schweibt sie was! MULCH! JUNG! Schlalom! Schlalom! SOS! Das ist der Verragende! Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet! Ich hab' da auch's geschafft! SOS! Richtig! Ich hab' mal schauen, ob ich vielleicht den... den... den Krieger... und dann den Krieger! und dann den und dann sind alle wie weit gehen die Torpedos? Nebelwand gelegt! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR planning Da hab ich nicht gebraucht denn Das kann doch nicht wahr sein Ah, ich habe mich schon wieder geblieben Ich habe mich schon wieder geblieben Torpedos auf Steuerbord! Unser Team hat die Führung übernommen. Sie haben aber auch die Kühle in der Kühle! Die Kühle in der Kühle sind durch das Schraubende. Die Kühle werden nicht mehr im Hintergrund. Die Unterlagen sind hier nicht nur noch etwas Schraubender. Die Kühle werden nicht mehr für die Kühle. Die Kühle werden nicht mehr so gut. Die Kühle werden nicht mehr so gut. Wart war aber mit Gagel treffe ich den wenigstens noch 4 da gut genau und ja und wir haben noch 2 Jus und zwar so dass wir wieder alles zu groß sein dass die einstellung wieder geändert ich habe drei tage ein Prämium getrickt, ist das nicht nice ich hab den aktiviert und schon habe ich gewonnen gut das war's für heute ich hoffe euch hat die runde gefallen die runden ihr könnt mich freuen wenn ihr beim nächsten video seid bis dahin viel spaß und auf Wiedersehen tschau tschau